Wunderschönen guten Morgen liebe Freunde der Sonne. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Let's Play Witcher 3 mit Paxis. Wir haben die Rose, wir haben wieder zu der Stelle geladen, wo wir die richtige Rose geholt haben. Oh, und guck mal, schneit es hier etwa? Ist das ein Bug? Noch aus der Erinnerung heraus, dass es hier schneit? Weil es scheint die Sonne an, schneit trotzdem. Oder ist es einfach so ein magisches Hallihallo? Keine Ahnung. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall hier hin. Und plötzlich hat die ganze Zeit hier vor den Mauern gewartet und hier kommen wir leider nicht raus. Nicht mehr verwunschen und verzaubert dieser Platz, dieser Ort. Das heißt, jetzt könnte auch die Leute anfangen hier zu plündern. Das ist aber auch irgendwie blöd. Aber egal. Ich kann mich um alles kümmern. Und der Schnee ist immer noch da. Das ist merkwürdig. Ist das wirklich geplant oder ist das ein Bug? Sehr komisch. Müllerlehrling gesucht. Ich suche einen Lehrling, der mir Arbeit abnimmt. Seit die Neckarbiester von den Feldern am See verschwunden sind, habe ich Arbeit noch und nöcher. Mir kluckert jeden Tag der Schweiß durch die Arschritze. Kost und Logis sind inbegriffen. Matrim von der unteren Mühle. Da würde ich ein bisschen blöd gucken, der Olgierd. Oder zumindest sehr überrascht, wenn er erfährt, dass... Was man sieht. Oder zumindest sehr überrascht, wenn er sieht, dass ich die... Ähm... Die Rose habe. Aber ich mache jetzt erstmal die Fragezeichen. Bevor ich es wieder vergesse. Ich denke, mittlerweile sind wir auch ganz gut im Saft. Das wird also jetzt, denke ich, auch nicht mehr so schwer werden. Die Fragezeichen da zu klären. Oh, wir sind auch fast Stufe 38, sehe ich gerade. Ich sehe es schon kommen, dass ich hier Witcher 3 mit den Expandant-Packs durchspiele und ich will einfach nie Vitriol finden. Banditenlager. Ah, ist es ein klassisches oder sind es die Raubritter? Die Raubritter. Wo ist hier wieder so ein scheiß Armbrustschütze da drüben? So, jetzt ist der erstmal platt. Jetzt kann ich in Ruhe die anderen platt machen. Oh! Wir weiden dich aus! Abschaum! Der kommt! Na komm, ich sei doch, du fasst tut! So, auch den haben wir einfach mal schön geteilt. Krockenfisch. Hühnerbein. Notizen. Notizen des Aufklärungskommandanten haben, wie von M angeordnet, unser Lager in den Ruin der Beobachtungstürme aufgeschlagen. Hoffentlich bleiben wir hier nicht lange. Randnotiz. Wichtig! Brenn hat 200 Kronen bei Quint an mich verloren, aber hat kein Geld bei sich. Muss ihm das von seinem Anteil an der nächsten Beute abziehen. Verdammt langweilig hier. Sitzen hier jetzt seit 8 Tagen rum und nichts passiert. Abgesehen von einer Getreidekaravane, die haben wir überfallen und die Händler im Adams-Kostüm davongejagt. Möge der Himmel geben, dass wir bald an einen interessanten Ort verlegt werden. Und zwar schnell. Denn hier werden aufgrund der Langeweile langsam alle verrückt. So, ich glaube, jetzt hatten wir alles, oder? Ja. Die Truhe noch. Rubinstaub. Ah, toll. Amethistenstaub. Wir finden jeden möglichen Staub, aber nicht den, den wir brauchen. Also da steht auch nicht Staub da, sondern einfach Mitriol. Oh, das ist bestimmt entweder Banditenlager oder wieder Monsternester, denke ich mal. Ich bin schon ein paar Schritte weiter weg, aber ich habe jetzt keinen Bock, irgendwie auf Plätze aufzusteigen. Ich wäre wahrscheinlich eh nicht hier hochgekommen. Könnte auch sein, dass hier alles Banditenlager sind, aber ich denke, das da ist keins. Das andere könnte jetzt, glaube ich, auch ein verlassener Ort gewesen sein, oder? Ja, das kann auch ein verlassener Ort. Das ist wahrscheinlich auch ein verlassener Ort. Vielleicht sind auch alles dreist verlassenen Orte, oder vier. Verlassene Städte, ne? Also, sage ich doch. Neue Markierung, Heddle. Heddle. Das Dorf Heddle war einst vor allem für die dort hergestellte Spitzenunterwäsche bekannt. Die Wäsche aus Heddle erregte die Gemüter jedoch dermaßen, dass der Hirage von Novigrad persönlich ihre Produktion verbieten ließ. Aha. Ach nein, nicht wieder diese scheiß Spinnen. Die nerven so dermaßen, weil die nicht anfänglich kämpfen wollen. Mal immer nur wegrennen und einen anspucken. Nicht gut. Ja, Nummer eins. Sind das nur die drei? Das wäre natürlich cool. Oh, nur Level 30? Das sind ja schon überlevelt. Die werden schon grau angezeigt. Gibt es dafür überhaupt noch Erfahrungspunkte? Ach nee, der ist Level 34. Okay. Interessant. Verschiedene Level. Hä? Komm her, du bist gleich tot und gesellst dich zu deinen Freunden, aber es sind anscheinend aber wirklich nur die drei. Das ist ja einfach. Oh, bleib doch mal stehen. Nice. Okay, es scheinen mehr zu sein als die drei. Wo sind noch welche? Da. Nochmal zwei. Wäre auch recht wenig gewesen, drei. Aber auch wieder nur kleiner. Die kleinen gehen mal noch, die großen nerven. Okay. Oh, wie ist das, ey. Wenn man einmal eine Schlagserie ansetzen kann, dann klappt es meistens, aber bis man in diesen ersten Schlag landet, das dauert immer. So, ja, das haben wir schon hundertmal gesehen, wie die drei gleichen Typen jedes Mal da einmarschieren. Sehr schön. Ich schneide immer noch am helligsten Tage mit Sonne. Also wie gesagt, ich denke mal, das ist ein Bug aus der letzten Flüchtensequenz. Ich bin mein Charakter. Ah, hier. Was hatte ich gelevelt? Ah ja, genau. Die Täuschung. So, geschafft. Gibt es hier einen Händler? Hätte ich Bock drauf wegen Vitriol und so. Hier ist einer. Ich habe 50 Kronen bekommen. Ach so, die haben mir sogar eine Belohnung dafür gegeben, dass ich Dorf befreit habe. Das ist ja cool. Ich glaube, in die falsche Richtung. Das ist ein Kräuerhändler. Man müsste ja eigentlich meinen, dass man braucht es zum Brauen von Tränken, dass der ja eigentlich so ein... Das ist ja hier mal eine geile Brücke. Das ist dann ja eigentlich so ein Kräuterhändler am ehesten, dass... Willkommen, willkommen. Ach, den kennen wir auch schon. Am ehesten das Vitriol haben sollte, aber es ist halt leider nicht so. Hat auch wieder kein Vitriol. Ist zum Kotzen. Pack mal. Ich würde so gerne meine Schwalz mal verbessern. Ja, komm, mach's gut. Bis dann. Das können ja dann eigentlich auch eine verlassene Städte sein. Das ist ja auch wieder... Also wie gesagt, eigentlich können alles verlassene Städte sein. Zumindest sind die alle bei solchen... Was ist denn das? Das ist eine Riesenschnecke. Ne, eine Spinne mit einem Schneckenhaus hinten drauf. What? Panzer... Ach, eine Krabbspinne heißt. Die scheinen kein Feuer zu mögen. Okay, bisher ist es super easy. Tja, so lange. Aber sicher gehen uns die... Waffenreparaturs jetzt aus. Ist nicht so geil. Oh, es sind mehrere und die... Ist aber anders. Ja, die andere spuckt giftig aus. Die sind 38. Gar nicht schlecht. Ah, die ist auch gleich tot. Giftige Krabbspinne. Komm, reiß dich zusammen. Also. Dann müssen wir mal meditieren, weil wir haben... Gar nichts mehr. Vielleicht droppt die ja irgendwas cooles. Nicht so aus. Nicht so aus. Anscheinend musste ich auch diese Krabbspinne gar nicht platt machen, weil das scheint gar nicht zu diesem bewachten Schatz dazu zu gehören. Nur ein paar kleine, nervige Ghouls. Nur zwei Stück? Wäre aber wenig. Sind das hier ein alter Irrgarten oder was? Wollte ich schon sagen. Es können ja nicht nur zwei gewesen sein. Oh Gott, das wäre es aber schon ziemlich viel. Hallo? Okay. Komm her. Nicht heilen Macht man nicht Hab genug von diesen blöden Sich heilenden Gegner Ah, nicht so ein Algol-Typ Die nerven Vor allem Jetzt mach ich nämlich Jetzt bekomm ich nämlich Super viel Schaden ab Mit seinen scheiß Stacheln Er heilt sich die ganze Zeit Also auch schon nicht zu heilen Komm Boah, macht der viel Schaden Geht mal nicht durch, Freunde Okay, noch einer Come on Was? Ich hätte doch wiederbelebt werden müssen Ich hab extra drauf geachtet Dass ich so ein So ein So ein So ein Adrenalin-Punkt noch habe Darauf hab ich mich gerade verlassen Ach, meine Fresse Nein Jetzt muss ich die alle noch mal platt machen Es waren 100 Gegner Fuck Ich weiß nicht, wo jetzt Das letzte Mal gespandelt wurde Ah, bitte, bitte, bitte Nachdem ich den letzten Fragezeichen geklärt habe Aber trotzdem Es war noch ein Bekloppter Cool Noch ein einziger war übrig Das kann doch nicht sein Und wieso wurde ich denn nicht wiederbelebt Ich hatte da noch so ein Adrenalin-Punkt Ist das nicht mehr aktiv doch, oder? Ich hab doch nur das Igniting rausgenommen Aus meiner Charakter-Dingens Fuck Das ärgert mich gerade Ach, weil es halt wieder so knapp davor war Es erinnere mich an diesen blöden Gegner Er ist an diesen blöden Golem Der erste Das erste, glaube ich, Fragezeichen Ne, es war eins der ersten War, glaube ich, das erste Aber eins der ersten Fragezeichen Hier in Heart of Stone Oh, Mann Habe ich diesen Allgut-Blatt gemacht Noch so einen bekloppten Ah, diese Ghoule Man macht doch gut Schaden Aber die richten auch bei einem selbst Wieder einen Megaschaden an Ach, bitte Lass es nach der letzten Fragezeichen sein Ach, zum Glück Jetzt haben wir natürlich diese scheiße Krabspöne Ich renne einfach mal durch Und hoffe, dass die mich in Ruhe lässt Ich rede ich also Ich rede ich Ich werde mich schaden Ich bin Ich werde mich noch nie Drei Ich werde mich Müssen echt mal wieder solche Reparatursätze finden Die haben wir teilweise so oft gefunden Verstehe ich, warum wir die jetzt So selten hier in Heart of Stone finden Zumal wir halt auch super viele für die Rüstung noch haben Ich hatte ja auch einige verkauft Aber für die Waffen Hat irgendwie gefehlt Hallo, nicht da hochrennen Da sind ganz viele von euch Bitte gerne erstmal nur gegen Wenige kämpfen Das muss ich bei einem platt machen Und darfst den nicht immer alleine lassen Sonst heilen die sich wieder Vor allem der Algol Ja, da kann vielleicht aber diesmal deutlich besser Irgendwie Oder halt auch nicht Weil der mit einem einzigen Schlag Fast meine komplette Energie abzieht What the fuck Das greift doch gerade nicht mehr an Na also Das war's doch noch nicht Aber ich denke, diesmal stelle ich mich deutlich schlauer an Einer ist es noch Oh, der hat nicht viel Energie Hat den dadurch nicht geheilt Du wachter Schatz Ach, da ist wieder in irgendeiner Höhle drin Ja Okay Aber da dürfen wir jetzt rein theoretischerweise Nicht noch mehr Ist das so eine Art Mausoleum, oder? Nicht noch mehr Gegner drin sein Ich hab aber gerade alle platt gemacht Ah, Relikt Bernsteinstaub Wieder der falsche Serikanische Satteltaschen Da ist nämlich viel Müll drin Deswegen nehme ich mal nicht alles mit Überlegene Kartäche Aha Können schon wieder eine Stunde nächtigen Oder meditieren Dann schauen wir uns mal Dieses Relikt Was war das? Relikt Handschuhe Oh, sind sogar besser Zerschmettern ist besser Und Aufschlitzen gleich Kritischer Trefferbonus Plus 20% Ich glaube, dann muss ich die wohl mal nehmen Naja, dann nehme ich die mal Sind ja auch insgesamt besser Und die sind auch schöner Wegen dem Schwarz So, da packen wir wieder Igni rein Die ganzen Ghoul-Leichen Loote ich jetzt hier nicht Wir gehen jetzt zu den letzten Fragezeichen darüber Haben wir alle in der Folge abgeschlossen Dann fehlt uns nur noch dieser komische Golem-Typ da oben Ja Den müssen wir zwar auch nicht unbedingt machen Es gab ja auch noch an anderen Plätzen Sachen Die ich nicht erledigt habe Hier zum Beispiel habe ich nie den Schlüssel gefunden Für die Person in Not, die im Käfig war Deswegen konnte ich das nicht abschließen Das weiß ich noch So, hier brennt jetzt Plätze relativ wenig Deswegen rennen wir einfach mal querfeldein Habe erst gedacht, dass es die Krabzspinnen sind Die hier Dazu gehören Hier haben wir noch eine alte Hütte gefunden Gucken, ob es da reingeht Ne Geht es nicht, wie man sieht Na, ich tippe auf entweder zwei Monsternester nebeneinander Oder Raubritter Bin gespannt Komm, du schaffst das Sehr gut Oh, eine alte Balliste Irgendwie ein altes Lager Scheint ein Quest zu sein Versteckter Schatz Ja, ist ein Quest Knut Kreuzmanns Tagebuch Und hundsgewöhnlicher Schlüssel Und ein paar Kronen Kulik Kulikow und seine Männer sind damit beschäftigt Die Jagd vorzubereiten Und so habe ich einige Augenblicke Die ganze unglaubliche Geschichte niederzuschreiben Vor einer Woche kam ich nach langer Reise Daheim in Oxford an Und fand einen Brief meines Anwalts vor Meine Tante Helena war endgültig im Jenseits Und hatte mir all ihren Besitz hinterlassen So auch ihre Hütte in der Nähe von Nurgigrad Der Brief enthielt eine Kopie ihres Testaments Und den Schlüssel zu einer Truhe In der sie ihre Ersparnisse verstaut hatte Ich erinnerte mich daran Wie meine liebe Tante ihren Gästen Immer nur Wasser und Brot vorgesetzt hatte Und war daher sicher Dass sie in ihrem langen Und von Geiz geprägten Leben Eine gute Stange Geld angespart haben müsste So eilte ich wie der Blitz der Hütte meiner Tante Um ihr meinen Respekt an ihrem Grab zu weisen Und natürlich um einen Blick in die Truhe zu werfen Doch als ich dort angekommen war Fand ich die Hütte in Trümmern vor Die Nachbarn behaupteten Ein Greif habe sich in den Ländereien Meiner Tante niedergelassen Da stand ich nun Ein Vermögen direkt vor meiner Nase Doch keine Möglichkeit ist zu bekommen Daher eilte ich zurück nach Oxford Und dort zur Taverna zur Alchemie So schnell mich meine Füße trugen Denn ich hatte gehört Dass der berühmte Kuli Kulikov Und seine Leute nach ihrem jüngsten Abenteuer Dort ihre Pferde tränken würden Wir wurden uns schnell einig Er sollte einen Teil dessen bekommen Was wir in der Kiste finden Und zogen los Um diese verdammte Plage auszulöchen Nun sitze ich hier Und sehe zu wie Kulikovs Männer Eine Balliste laden Ich schreibe all dies nieder Um meine Nerven zu beruhigen Und die Zeit zu vertreiben Der Spaß kann jeden Moment zuge... Ähm... Beginnen Ich suche den Keller der verfallenen Hütte Ja, erst dann mache ich die Kuli hier Platz Weil da ist ja noch irgendwas Eine verlassene Stätte Direkt neben Der Balliste Interessant Also hatte ich teilweise recht Ich habe ja gedacht Dass das auch eine verlassene Stätte sein könnte Scheint hier gerade so eine Kulgegend zu sein Wie es aussieht Sehen Kuli nicht immer auf Schlachtfeldern anzutreffen Also irgendwo wo viele Menschen sterben Und... Oder gestorben sind Und... Äh... Halt viele Leichen sind Naja Das ist wahrscheinlich ein altes Jägerlager Würde ich mal behaupten Den ich durch Habe ich da nicht noch einen gehört? Ja, da oben Das war es immer noch nicht Muss noch irgendwo einer sein Da Noch einer Oh, wie viele sind denn das? So, also das ist jetzt bitte der Letzte Es war auch bisher kein Algool dabei So, eher die leichten Gule Also Ja, jetzt kommen wieder die drei Helden Altes Jägerlager Altes Jägerlager Ah, und wir haben auch hier einen Händler Vielleicht mal einen, den ich noch nicht kenne Und der... Willst du etwas kaufen oder darf ich nur umsehen? Ich möchte was kaufen und bitte Vitriol Was du anzubieten hast Vitriol Vitriol Durchstrungener Staub Ich brauche diesen Verschissen Bis durchdrungenen Staub Und ich hatte Haufen Waffen Die wir noch nicht nähen können Diamantenstaub Ist immer der gleiche Müll Mann Ich will doch einfach nur Vitriol Ist denn das so schwer? Ich gehe nochmal Sicherheitshalber jetzt jeden Staub durch Okay Bernstein Amethyst Diamant Smaragd Rubin Zaphir Goldkluppen Dermans Was soll's Kann man nichts machen Egal Scheiß drauf Wir gehen Bis dann So, alle Fragezeichen Ach nee, Quatsch Wir müssen ja diese Wir müssen ja hier noch die Geschichte klären Können wir eigentlich beim nächsten Mal machen, oder? In diesem Sinne Liken Kommentieren Abonnieren Wenn es euch gefallen hat Das ist jetzt diese Diese Hütte, an der wir gerade schon vorbeigelaufen sind Könnte sein, ne? Oh Ja, speichern mal Bis zum nächsten Mal Ja, 하루程